Ja, guten Morgen liebe YouTube-Freunde, was läuft da bei Mauerhause? Ich bringe da meinen gemieteten 311er zurück in die LMG Graswil und hole dort meinen 311er, der im Service war. Ja, der muss natürlich auch vorgetankt zurück, darum tanken. Ja, der muss sich selbstведet werden, aber vielleicht nicht viel, weil die Karte ist, nicht mehr ist. Wiederhören, bis jetzt auch die Karte ist. Ich mach mir, bis jetzt schnell wieder, bis jetzt wiederholt. Da wurde ich schon einmal die Karte der Karte, bis jetzt ganz gut iwig, rausgebekommen, bis jetzt das Karte, die Karte. Ja, war ein spezielles Fahrzeug, dieser 311er mit 6-Zylinder-Motor. Der Sound hat mir immer sehr gut gefallen. So, jetzt wollen wir dann schauen, wie viele Stunden ich gemacht habe. Ja, das ist schon gestoppt. Ich weiss das noch nicht, da sind wir ja noch ohne. 42 Stunden. 42 Stunden, ja, das geht ja noch. Ich habe gedacht, es ist mehr. So, und ihr Miner, frisch vom Service. Ciao, Hans! Ciao, alle! Ja, liebe Jürgen, ich habe einen neuen Einsatz gegeben im Service. Ich habe mir einen Werkzeugkasten. Weil es halt immer das Werkzeug in der Fahrtkabine und es ist da herumgebrochen, wenn man trennt, ist es sehr leistig. Und jetzt ist da ein Werkzeugkasten, ein Auto zu setzen. Okay. Das ist sehr gut. Und am Kabel-Wertzeugplatz werde da eine aufgeräumtere Kabine haben. Jawohl! Jetzt kommt wieder weiter. Ja, danke. Dinnere Northenый PubMed und wo zum Beispiel sind viele die wichtigicken. Bazenρunten Objekte überrasgelunters counted aus. Bis dahin und URL sagta nochmal mit einem Kabel位. Dinnere thmer hoch négange際 2 Bezherzrent. Aber wenn du mit uns gestos.